So, willkommen zurück. Wir machen jetzt hier weiter mit unserer Leiste und nehmen den letzten großen Punkt aus diesem mittleren Bereich, welcher dieser wäre. Inhalte hinzufügen. Hier habe ich die Möglichkeit, auf das Web zuzugreifen, also das Internet, oder ich kann Inhalte über das Board oder einen USB-Stick hier direkt auf das Whiteboard laden. Sehr interessant ist natürlich die Websuche. Wenn wir jetzt da reingehen und zum Beispiel brauchen wir ein Autobild. Dann kriegen wir hier verschiedenste Bilder vorgeschlagen. Alle diese Bilder und alles, was hier an Ergebnissen rauskommt, ist lizenzfrei und Sie dürfen das absolut problemlos für Ihren Unterricht nutzen. Jetzt sehe ich hier ganz, ganz tolle Autos. Jetzt könnte ich zum Beispiel noch das weiter verfeinern und sagen Oldtimer. So, und jetzt sehe ich hier ein wunderschönes Bild. Klicke drauf, es wird direkt in die Seite reingeladen. Möchte ich ein weiteres Bild hinzufügen, klicke ich auch einfach wieder drauf. Das wird einfach drüber gelegt. Und wenn ich jetzt meine Bilder habe, die ich für sinnvoll und gut finde, kann ich diese dann einfach hin und her schieben und für den Unterricht nutzen. Möchte man jetzt weiter Videos suchen, schaltet man von Bilder auf Videos und dies sind dann Videos, die auch frei verfügbar sind, meistens über YouTube. Werbung wird rausgeschnitten. Also Sie brauchen keine Angst zu haben, dass wenn Sie jetzt hier ein Video aussuchen, erst mal Sie voll gespammt werden mit Werbung, sondern hier geht es tatsächlich nur direkt zum Inhalt. Jetzt könnten wir zum Beispiel dieses Video nehmen und können es auch direkt abspielen. Wir können es auch pausieren, hier wieder kleiner machen und zumachen. Und somit können Sie Bilder, Videos in Ihre Präsentation hinzufügen. Hat Ihnen das Video gefallen, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und damit Sie nichts verpassen, können Sie auf die kleine Glocke klicken bei YouTube, damit Sie benachrichtigt werden, wenn wir neue Videos hochladen. Ihr könnt auch gerne die Kommentarfunktion benutzen und wir freuen uns, wenn Sie uns das nächste Mal wieder besuchen. Vielen Dank!